Nun äußern sich Yelies K.O.C. 28 und Paco Herb endlich ausführlich zu den Beziehungsgerüchten. Seit den Dreharbeiten zu der neuen Staffel Kampf der Reality Stars, welche noch ausgestrahlt wird, verbringen die beiden Trash-TV-Kandidaten jede Menge Zeit miteinander, und zeigen das auch öffentlich im Netz. Bisher erklärte die Beauty nur, dass sie sich sehr gut verstehen würden. Außerdem wohnen beide in Hannover, weswegen sie sich oft sehen können. Doch jetzt klingt es ganz so, als könnte sich auch was Ernstes aus Yelies und Paco entwickeln. Die beiden sprachen mit RTL über ihre Beziehung zueinander, und dabei kam der Blondschock gar nicht mehr aus dem Schwärmen über Yelies heraus. Sie ist frech und liebevoll zugleich. Eine sehr spannende Kombination. Aber sind sie denn nun ein Paar? Wir setzen uns keineswegs unter Druck und genießen die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen, stellte der einstige Love Island Gewinner klar. Scheint so, als würden sie eine romantische Verbindung keinesfalls ausschließen. Doch momentan befinden sie sich wohl noch in der Kennenlernphase, die aber ziemlich intensiv wirkt. So dürfte Paco nämlich sogar schon Yelies Tochter Snowelani kennenlernen, die sie vergangenes Jahr zur Welt gebracht hat. Vor der Geburt trennte sie sich von dem Vater ihres Kindes, Jimmy Blue Ochsenknecht, 30. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017